Guten Morgen Baby! Guten Morgen! Ja warte, mach dir eben den Kofferraum auf. Moment. Warte, ich muss eben meinen Schlüssel rausholen. Und dann kannst du dir den Kofferraum öffnen. Moment. Und zack. Boom! Guten Morgen Freunde! Jetzt geht's los. Gym Junkies Summer Day Party ist hier am Start. Moin! Alles gut? Hi! Alex! Rico, hi! Hi, Daniel! Rico, hi! Hi, wie schick! Sehr gut! Wie war das? Brass da, was geht ab? Alles gut? Alles gut bei dir, Mann! Danke, Mann! Danke, Mann! Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Yo, was geht? Geiles Effekt gewesen. Geil, man einen Mittag ist, sich zu sehen, zu treffen. Dies, 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 dies. Jetzt gehen wir erst mal pumpen. Ich weiß nicht, ob alle mitkommen. Auf jeden Fall Eike kommt mit. Denke kommt mit. Benni und Sally und Marina und ich komme mit. Oh, Moment. Wir haben jetzt hier auch ein neues Hotel. Hier ist es auch schön an der Bullock Light. Bist du breit dafür, warum die Tür auf, ne? Ja, aber nochmal, nochmal, nochmal. Streifen sind noch da, das heißt, ich bin nicht so wässrig hier oben rum. Aber man braucht natürlich, ist natürlich fett, das fuck. Ja, man, also 108 Kilo ungefähr drauf. Und ja, jetzt zeige ich euch nochmal kurz das Hotelzimmer. Das ist jetzt ein neues. Und dann ziehen wir uns um. Dann gehen wir. Da pum, pum! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Ha 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 ha! Das war's. 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 Das war's.